Wenn du nicht mehr einen Border hast bei deinem Luke-Skin Digga, ich hab den gezogen aus ner popeligen Masterwork-Chest Äh, hab ich den Arcade-Skin auch gezogen und ich hab den Rahmen dazu bekommen Cool, ne? Ja, weil das die alten, ähm, Prestige-Skins sind, die von... Keine Ahnung Hab ich aber bei dem Arcade Arcade-Skin auch... Äh, nicht Arcade... Arcade-Caitland Hab ich auch den Rahmen dazu gezogen Jaja, das ist ja, das ist ja auch ein ganz alter Wieso? Du kennst die an dem Border Hier, mein, 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 mein Syrah-Skin Der ist ja nach 2.20 Und alle davor, vor 2.20 Auch hier zum Beispiel bleibt nun Ablux Mit dem, mit dem anderen Golden Border Der erkennt sich aus hier Ja... Nee, hä? Ist doch offensichtlich... Egal Ich kenn mich gar nicht mit Lolaus Ich muss los Nee Nur wenn du mal dir 1 gibst und sagst, shut up Ja, hätt ich jetzt immer noch, hä? Ja, wenn man auch nur rankt, spammt Ist ja rankt, hä? Da werden wir das Top-Langeln werden Vorher mit euch Aram gespielt, also... Ja, Aram ist ja auch chillig Du musst es ja nicht warm spielen, nicht dass du wieder runter rennst Oh, ich renn nie runter, siehst du doch 2 Games, 2 Wunsch Äh, ich will ja nicht sagen, Gold-Elon oder 12 Äh... 1, 2... Nee, warte, ich hatte keinen Kill, ja... 0, 11 0, 11 Man kann die Map auch Relinks haben? Nein, Leute, die... Also ja, aber Leute, die auch äh... Gewisse Sachen dazu benutzen Deswegen hat er auch Insta-Log-Synch drin gehabt Achso, ja, hab ich mich schon gewundert gerade, was das war Das war ein Recall Du kannst auch da mit deinen, äh... Online-Seiten in LOL Dann kannst du damit auch deine, äh... Mit dem Programm nicht Und Minimap-Links Und Minimap-Links kannst du auch nochmal machen Ja, hab ich euch gesagt, ganz normal einstellen Wo hast du... In Einstellungen Echt? Interface Runterscrollen Minimap Echt? Ja, aber Minimap-Links ist schon irgendwie... Hässlich, find ich Muss ich ehrlich sagen Muss man sich dran gewöhnen Ich will das wieder ändern, mach weg 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 Oh... Hickelhaft Ich hab dir das jetzt ernsthaft geändert hast, Götz Ja, hab ich Oh, nee Ist ja schlimm, Alter Ich hab noch die Zwiebeln, die Zwiebeln, das ist... Warte, welchen Lash bist du, Jakka? Es, äh, Videos Topline 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 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 4 5 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 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 8 9 11 11 11 12 12 8 2 2 2 1 2 3 1 Ja, du musst da jetzt nicht sterben, Mamut. Ich muss das Deal wechseln, dass ich hier gute Haufen kommen bekomme. Nein! Oh, Bruder! Pass ein Buster! Was? Na, das ist ein guter Job. Geh raus, geh raus, geh raus! Nein! Ich komm da raus, weißt du. Was? What the fuck just happened. Ich gehe toplane. Ah, du hast auch Blätter und Kleider gemessen. Ich weiß nicht, ob du alles gelben kannst. Mein Zimmer. Ich werde da einfach hingehen und ich werde ihn jetzt auto-tacken. Was ist der? Der ist größer als unten, oder was? 4,50m war das. Das andere war 4,50m. Dabei lass den P-100 boxen. Hä? Nein! Geiler Hosentasche! Oh Gott! Mein Name ist. Jawohl! Ich hab's da... Wieso bist du früher... Hallo! Oben! Das hat mich jetzt voll geflasht. Hm? Hm. Das war doch so komplexiert, aber das war auch nicht so viel. Ja, mein Foe. Oh mein Bad, sorry. Oh, actually war nicht schlimm. Ach, n***a. N***a verrecklich, mann. Der kacker ist hier. Ach man, Junge. Ich komm bitte. Ah. Hat Asya Flash? Nein, hat man auch keiner holt. Wieso müsste ich eigentlich noch Flash haben? Ich wandle. Geh doch voll auf die Eier. Ist der scheiße. Ist so spaßig, mann, Alter. Mau kein Jungle ist um P, Junge. Ach, das tiste da was. Leine Bastarde. Deswegen hab ich's auch gebannt. Da war ja das Botlane-Diven, du Hurensohn, ey. Verpiss dich mal von dem Busch dort. Hallo! 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 What the fuck, Digga! Alles ist ganz ruhig bleiben. Ja, Bot-Hoplane ist auch wieder der größte Wootensohn, Marien. Gäste der Alte. Ich denke... Äh, nicht. Äh, ich weiß, Digga, ich weiß bei Gottes Namen nicht, was ich da gemacht hab, oder? Digga, was ist das, Alter? Kann der mich mal auf meiner scheiß Lane verpissen? Ich hab's auch gebannt. Ich hab's auch gebannt. Deswegen kann's nicht mitlanen auch, Alter. Deswegen spiel ich mal lieber Toplane. Hä, willst du nicht Top-Gan? Hm? Willst du nicht Toplane gehen? Ja, ich weiß nicht, wie gut Saga auf der Toplane ist. Ich spiel's ja auch noch heute gern mitlanen, aber ich würd gern meine Eternals auf ihr... Da... Pass auf, Digga! Geh mal weg jetzt, ja. Ist denn die Ashes noch nicht Level 6? Hä, wollte er safe auf Level 6 warten? Hm? Hm? Wait was haben die? Garen... Udia... Oh, der Udia geht in Failed hier. Okay. Also das Item bleibt schon, ne? Junge, helf mir doch! Ja, fucking krabbit, Alter. Er ist safe hier drinnen, oder? Lass mal hier gucken, ob der Udi da ist. Ah, ne, er ist bottleneck. Ich komm langsam nach Homo. Ja, Voli-Bär, Q doch gerade. Yo, Voli-Bär, Q doch. Boah, jaja, der ist so fast, Mann! Ach, komm, Digga, get cancer. Hast du CC? Ey, Digga, die weiß Bescheid. Äh, ich will jetzt warten sein. Ja, das sind solche Tryouts, äh, dein Gott. Letztes Mal hat sie es nicht getan. Ja, ich hab Geld verstorben müssen. Das ist halt, aber... Ja, ich kann wieder recallen, äh... Deren Eltern sind stark pigmentiert. Pass auf, Udi, hinter dir. Boah, mach das Bad gegen den Lulus. Ruf mir mal in die Fresse. Warte. Oh, die Old sind nicht gleich wieder? Ich hab hier Lobe, also... Hä, haben die hier wischen? Oh, wii, oh, wii, oh, wii, oh, wii. Sehr gut, Digga. Lass das mal nicht fighten, oder? Also, ich krieg mal, äh... Ich krieg nach den Waffen, krieg ich, äh... meine Inferno-Waffe. Also, ich kann die dann einfach bei dir verkommnet werden müssen. Ich überleg grad nur, welche Zeit es ist. Ich krieg mal einen Switch. Aus, äh, ja, Digga, hab ich... Also, ähm... Alles gut, alles gut. Der schockt wieder mit ihm. Ja, okay. Absolut Wurf. Die stärkste Waffen kommen, gut schocken. Ich hab die Asche. Ja. Ich glaub, die Asche ist auch homosexuell. Nice. Ja, mir hat mich gelangen, würdest du irgendwas zu kurz machen? Hallo! Hallo! Ich hab keine Mana. Ich hab Mana für eine Kuh jetzt gerade noch. Oh, 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 oh. Er hat... Er hat Brawlers, er hat Brawlers! Äh... Oh, no! Nimm ihn! Warte! Ich hab ihn! Aussehen? Ah, nice. Gut, Kyo. Ja! Äh... Kriegen wir ein Tor noch? Ja, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Er hat keinen Arrow, der hat's auf mich geüberset, oder? Wie egal, ob ich der verstehe. Ja, lass los gehen. Ah, hey! Ah, vieles... Ab... Mit Abstimmung in den Schlag ist der ADC. Die spielen zwar nicht so clean, aber... ... trotzdem. Ah... Geben mir keine Tanks. Ja, kriegt das so gern. Kriegt das so Karten. Ich glaub sogar Action bei der Ult hier war so'n bisschen unnotisch auf die Arsch... ... 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 auf die Arsch... Wie meinst du? Welchen Departments meinst du? Hallo. Der ekelhafte wieder. Vor allem die südlichen Departments. Warte, ich queue ihn, du kannst gleich ulten, aber du musst warten, bis der hier ungefähr steht. Sau niemand am besten nicht. Doch, doch, ist gut, du kannst dich da verpassen. Udi hier, Gast. Ja, ich komm. Hey, ich stehe auf dem Max-Range dort. Try not to cringe, ey. Try not to cringe, das ist ein bisschen schwer bei dir. Garen, oh shit, kannst du zu mir move'n? Irgendwer? What? Garen, ich hab Familie, Kinder und so. Hast du nicht gestorben? Dann bin ich drei, Digga. Boom, Junge. Ja, ich hab meine Turnals jetzt fertig. Ja. Gut gemacht, ich komm mal, ich komm mal, eine Homo? Ja, nicht voll Homo. Ich hab keine Homo, ich hab keine Homo. Das ist so geil, Alter. Ich fand grad eine Minute Maas hier, Alter. Ahaha! Wir kriegen einen Track. Was ist das? Was ist das? Bei Leibfinger, was ist das? Lulu! Lulu! Nice. Ähm, was macht der Zack? Was macht der Zack? Was macht der Zack? Was, what am I watching? Das ist, also... Ich hab wieder gelegt, oh mein Gott, ich lebt mein Leben. Ja, ich lieber auch dein Leben. Ich lieber auch dein Leben. Was ist... Äh... Äh... Ich hab heute einfach eine Sprite gekauft. Kannst dir das vorstellen? Ey, das ist doch jung. Das ist echt episch, ey. Weiß diese Geschichte, musst du wirklich mal seinen Kindern erzählen irgendwann. Jetzt mal ein No-Cap, so ein geiles Sprite? Sprite ist schon... Äh, Eis-Kalt. Und wie, Eis-Kalt, wie groß, wie, wie viele Liter? Ich sag dir was zur Zeit, das ist zu tun. Digga, weiß, ob das irgendjemanden interessiert, ey, like what? Das Wichtigste, was du trinkst zur Zeit, ist einfach nur Wasser. Wissen Sie das nicht? Was? Und dann shut the fuck up. Digga, Wasser benutzt du zum Waschen, ey, und nicht zum Trinken, what? Was? Tinken... Du was? Alkohol? Ja, da ist ja... Weißt du, da sprengt der Insel. Sorry, Alkohol, das trinke ich auch nur den ganzen Tag. Shut up. Ja, das trinke ich nur Wochenende. Oh, 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 oh... Ich dachte, ich stehe gar nicht, wenn man Alkohol trinken kann, ey, jetzt mal nicht mehr. So, so... Ehe, ja, komm, kein Alkohol. Auch wenn du, wenn du Freunde hast. Hmm... Das ist halt da, das scheint das schon. Danke! Danke! Dann werde ich auch so'n Abfall wie du! Danke! Danke! Warum Abfall, hä? Hey, Digga, Digga ist letztlich am Skrippen, eyh! Like, was ist das, man? Hier, Garen, Garen, Garen. Lass ihn den Binard boxen. Zock ist besser oder was, Jakob? Mach den behindern, Mann! Und der stirbt, äh, und der killt fast da rein Hier, meiner, Digga, zack, easy Verpiss euch jetzt von meiner Lane Von meiner Lane Vielleicht Ja, nn Was denn? Schau da Da, 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 da Hallo, hallo Du musst keinen Follower kriegen Das ist locker, richtig fat Ich komm gar nicht hinterher Hier lass das Camp stehen, lass das Camp stehen Go, go, go 6.0 in Zone, hast du bekommen? Ich hab alles bekommen Nice, good job Boah ist das schön wenn 3 Leute auf dich gehen, Digga bei mir ist alles gut, ja? schade war ja fast ein bisschen warm jetzt in meinem zimmer der macht das die ganze zeit jetzt ich glaube das programm ist einfach an c++ geschrieben deswegen macht er da jetzt faxen so gut Es gibt es immer noch, Junge, das ist ein enormes Abonnenten. D.g. Imagine bis dieser Garen einfach. Imagine was cringe ass Garen. Oh, das ist hier so. D.g. Imagine bis dieser Garen. D.g. Imagine, du versuchst meinen Vogel zu sehen. D.g. Vogel? D.g. Vogel? D.g. 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 Ja, wer macht das für dich, hä? Die beste Note. Ja, Bro, like what? Bestanden ist bestanden, ey. Egal wie. Du musst nie wieder dran denken. Aber so magst du es noch für dich, aber. Ich hab dem Akshan das hingeklaut. Der hat gerade auch kurz einen Mental Breakdown bekommen. Ja, kannst du sagen. Digga, der ist ein Ausländer, der soll mal seine Fresse halten, dieser Akshan. Hier, ich nehm auch seine Sachen da einfach. Zack, easy. Boah, was macht denn der Meister für ein Damage, der kleine Nuttensohn? Der ist krank. Ein Drittel mein Leben weg, Alter, von einer Ehe oder was? Jo, Digga, wo kommt der denn jetzt hier? Der Garen? Ja. Der wollte dich, Alter, sein Bruder. Der möchte dich, richtig. Und dabei kill den doch. Best Akshan, Bild, Digga, du bist fucking useless, Mann. Ne. Und ihr habt... Ein Item. Er hat mich gewanscht. Ich bin Bild, Digga, das ist so mehr als alles andere. Ich bin der Stärkste. Mit Abstand. Hohohoho. Jakob, neues Bild. Zeig, seh ich halt eben das gleich so gut. Guck die Messbilder an hier. Hier gibt es drei Wimps hintereinander, Jakob. Ich dachte, das ist ein 3-0-Kummer. Was tut er jetzt? Aufschreibt und schreibt. Der schreibt nicht, er guckt fucking Instagram, ey. How to sell Bitcoin fast. Ne, ne, er hat vergessen, er ist ja nicht umisch, wenn er das Ganze auf seinen Pornos halten. Ja, ich krieg' hier jetzt, einfach so. Okay. So ein Streifen gucken wir jetzt schon alles. Hier, 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 look, look, look. Wer sind wir denn jetzt? Ja, Digga, nice Ability Usage, man. Äh, Digga, einen da kommt. Nice Lux, oder? Nein, please! Ja, ich. Ich will wieder sterben. Da war er, den töten wir auch noch. Ja, das ist okay. Junge, ey. Junge, ey. Ey, ich bin tot, Digga! Like, what is this, man? Was ist das denn, Item-Build, ey? Digga, dieser Negger ist einfach Mitte, like, what is this? Kann ja mal Useful sein, Mann! Ne, kann er nicht. Kann you be fucking useful? Ich glaube, er ausraste hier. Entschuldigung. Ach, gut, ich verstehe das. Maybe you are literally most useful. Komm, Digga, Scheiß. Du kannst es einkaufen. Zeig mal wie Jakob steht, die Z6. Tja, Jakob steht richtig, oder? Wo? Bei wem? Ah, hier. 130 Farben. Eieieieieiei Eieieieiei Oh, da sind alle hier. Hilfe! 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 Digger, ich hasse Game in Old, Digger, meine Fresse. Balaadj, ey! Oh, wir waren so splittet ab. Er darf mich wollen. Aber Akshan wollte auch noch eine Midlane Wave nehmen, Digger. Nee, Akshan wollte sich noch selber deinen Arsch penetrieren. What the fuck, Alter. Entweder er committet oder er geht raus, Digger. Aber er kann doch nicht einfach daneben stehen bleiben. Einfach zugucken, Mann. Wegen sowas darf ich das Game nicht spielen. Wegen sowas. Weil er das beste Akshan-Bild spielt, Brody. Weil er der beste Akshan ist. Weil er der beste Akshan ist. You're already dead, Junge. Ich cringe mich weg, Alter. Ich cringe mich weg, Alter. Dreck, Dicke. Kack, Ase. Darf ich schon V1 hin, Alter. Ich komm immer noch nicht drauf, klar. Okay, Ash. Okay, Ash hat mich auch gewehrt. Was denn? Karsix plus Zillian? Ja. Das sehe ich nicht. Wann spielst du nicht einfach Hikarim? Weil ich Bock auf Karsix ab. Hikarim ist zu einfach. Den bin ich nur. Du hast fast verloren, das ist auf Hikarim. Du merkst, dass der Champion nicht mehr so gut ist wie früher. Doch, der ist okay. Erst recht mit dem Bild, was ich gerade hatte. Ja, du hast hart gestruggelt. Ich hab dich gestruggelt. Jakob. Bist du Erde Dark... Nee, wie heißt das? Seelenernte? Oder... Äh, First Strike. Junge, du musst First Strike, aber... Bitte stell's auf Englisch, wirklich. Taxi, jetzt alles. Bitte stell's auf Englisch. Ja, will ich doch, Junge. Ich hab dich vielleicht überholt mit 5 Games. Der Jakob, was machst du eigentlich? Botlane? Vielleicht den Likast bekommen. Ich hab den Uli getötet. Okay. Und dann wurde ich gemarciert. Also er hat keine Ult. Und keine Kneipe. Ich hab die fast beide getötet. Ult. Uts. Sehr schön, der Ult. Ich cringe mich. Jetzt hat er's nochmal gesmildet. Er hat's gesmildet. Er hat eben schon gesmildet und hat's verkackt. Und ich hab's bekommen. Aber jetzt hat er's nicht verkackt. Er hat die Smilder auch, ich weiß nicht. Besser gesmildet. Er hat keine Ulti, aber er kann dich immer noch einfach anflashen und du bist tot. Boah, ich spiel gegen die Elise. Der ist einer unter 20 Sekunden-Coder. Komm mal gleich zum Boden, oder? Naja, sagt's das. Elise ist OP, ne? Wenn du sie spielen kannst. Ja, ich spiel gegenweide. Wenn die sie spielen kann. Ich mein, wir haben gegen den 990K Elise Support gespielt. Ich hab nie aufgemacht. Ja, aber ich war für Chuggler halt. Ja, ja, trotzdem. Obfackel. Warte, ist die Chuggler? Wer ist ein Supporter hier? Er ist? Hm. Ich spiel auch gegen die Supporter Elise. Wie heißt die? Ah, nicht. Wie heißt Achtmild? Da wärst du random? Nee. Digga, ist halt einfach unnötig zu spielen. Wir spielen mit zwei Bots. Ich spiel Lux. Geheiß. Warte, wo ist die Name? Also folglich spielen wir mit drei Bots. Fritz. Danke, f*** dich auch. Prinz Diamond 4. Digga, was ist das denn jetzt? Digga, der Achtstand ist so useless ey. Man könnte meinen, der wär einfach... Weiß ich nicht, Digga. Ne Ameise. Ähm, ich glaub ne Ameise wär schlauer. Digga, like, was machen die eigentlich? Ja, wirklich, wie er Mars 4-7 geschafft hat. Ähm, der Champ war ne Zeit lang sehr stark. Ich glaub in der Zeit. Aber du einfach no brainen. Einfach. Ja, oder einfach diesen Bug, ähm, um, um Tyrell drum oder so. Man sagt halt hier, diese Passivierung zu fliegen. Ja. Ihr gewinnt das. Jakob, jetzt entäuscht mich nicht. Junge, ich hab da nen Udi, der mich one-shottet, nen Asi, der mich one-shottet, nen Garen, der mich one-shottet. Und nein, unser Driver ist just connected. Und kein Supporter. Er kann Blue oder... Ja, Blue 2, ne? Auch kann. Äh, Road 1. Bumm, Digga, easy. Scheiße. Meiner. Lass gucken, ob wir was Wichtiges kriegen. Jake. Actually Soul, ne? Actually Soul. Ah ne, wir haben ja keinen Jungler. Ist egal. Ist egal. Du brauchst 2 von 0. 2 von 0, wir machen das. Das ist ein Echo Support. Hab ich das schon jemals in meinem Leben gesehen? Ne, das kann auch kein einziges Mal mehr sein. Digga, ob ich dafür sterbe, ich will das auch. Ich dachte, das ist Beta. Na. Komm, Gavin ist ja halt aber Gavin. Richtbar, playst du mich, Digga. Alter! Na, geht's raus, komm. Na, ich hab nicht gewusst, dass du älterst. Dann hätte ich ihn nicht so früh gebürstet. Das war mein Bild. Kann ich sagen, das ist nur du von dir schnippst, Jakob? Ja, ich auch. Der One-Tot hat mich auch, wenn er auch immer rüber fangt. What do you mean, Alter? Shut up. Oder? Shut up, wirklich. Shut the fuck up. Lernachs war zu junglen. Und frag mich jetzt mal, welche Smart du gehen sollst. Sag mir bitte, du bist, du bist bloß... Ah, okay, GG. Weißt du GG? Ja, du bist Justus now. Ja, wir sind in der 31. Minute und ich hab fucking Gold-Debuffed, Digga. Was ist das eigentlich? Warum bin ich Justus? Tritt mal drauf. Ja, du bist Justus. Du bist fucking Justus. Ja, wir werden sehen, wenn wir das Game gewinnen, Jakob. Ja, du nicht. Ich schwör mal. Ich schwör. Ich schwör. Ich würd dir vertrauen, aber du spielst gegen vier Hard-Counters von dir. Nö. Bei dir ist es ein Hard-Counter. Nö. Justus. 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 Das ändert nichts daran, dass er dich countert. Nein. Das ändert sehr viel, Jakob. Ich hab schon oft gegen die Games geschwirt. Ja. Sonst gehen keine Gute auf der Low-Elo, wo du spielst. Äh, Diamond-1. Ach sie endlich. Ja, Low-Elo. Was hat er denn noch mal? Brauch sie? Plast E-2. Äh, Diamond-3. Diesmal sind Plast E-2 noch. Shut up. Shut up. Ich dachte Gold-2. Das ist voll krank hier, dass es wirklich wäre. Da bin ich gar nicht geklappt. Ich verstehe nicht, warum der Axt schon auch wegmooft wieder. Ja, das Game ist literally los, ne? Das ist... Waste of time, so. Ja, das kann ich Englisch. Ich weiß, dass irgendwie noch Karin ist. Ich will. 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 Okay, ich krieg doch keine Testfahrt. Okay, why man? Du weißt ja nicht drauf. Nööööö. Hat keiner gesagt. Fuck man. Alter, der Axt schon kriegt. 11. Man, das ist so gut gestartet, Alter. Actually ja. Und dann so ne Kacke. So ein No Brain Junk.